Okay, willkommen zurück bei The Witcher Part 81. Im letzten Part haben wir, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich weiß es nicht. Wir haben den Waldschrat besiegt. Aber irgendwie... ...weiß ich nicht, wie cool ich das ist, weil es ein unschuldiges Mädchen musste sterben. Ich weiß nicht, hätte man sich anders entschieden, hätte es auch sterben müssen, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, was wieder mit meiner Stimme los ist. Die ist schon wieder am Abkacken gerade. So, es geht hier lang. Hier. Da lang. Es ist halt, man muss echt diesen... Ich kann da jetzt einfach. Folgt da nicht automatisch den Weg? Oder ist es nur bei der Switch-Version so? Keine Ahnung. Eigentlich dachte ich, hier müsste es auch so sein. Ich habe es nur noch nie hinbekommen. Alles klar. So, warte mal hier. Ich rede einmal mit Harald. Der Waldschrat hat mein Angebot angenommen. Ich habe Rauch aufsteigen und Krähen am Himmel fliegen sehen. Die alten Wege bedeuten wieder etwas. In ein paar Tagen wirst du es sehen. Ich habe meinen Teil erledigt. Du erwartest Gold. Stimmt's? Keine Sorge. Ich habe es. Nimm es. Du hast es dir redlich verdient. Okay, funktioniert. Ich bin immer unsicher, ob alles klappt. Ich wollte... Am Bündnisstein werden noch mehr Jungen bei dem Versuch sterben, Jäger zu werden. Das Töten wird nie aufhören. Ich habe dich nicht bezahlt, damit du mich belehrst. Du hast deine Aufgabe erledigt. Zeig sie an, Harald. Bezahlst den Hexer heimlich, damit er abhaut und das Mond... Wir haben die anderen Ältesten umge... Verschwinde, Hexen. Ihr verdient... Das musst du... Schön ruhig bleiben, Hexer. Es wird sich nichts ändern. Das werden wir schon sehen. Ja, ganz ehrlich. Das Mädchen ist schon gestorben auf meinen Nacken. Warum ist jetzt hier das hässliche Entlein? Achso, nee, da muss man mal abhauen, so. Ich wollte noch diese Rennsachen machen. Aber vorher will ich einmal Sachen reparieren. Dann mache ich noch die Pferderennen. Und dann würde ich sagen, Leichtsgelegel erstmal kann ich gerne später wiederkommen. Und dann beende ich die Orte jetzt halt nicht alle. Hauptsache, ich habe alle Christ. Hier kann man Orte eh nicht so wirklich abschließen. Wascherstuhm-Angebot. So, Gewinnspielen. Will ich auf keinen Fall. Ach, die ist schon wieder geiler, die Waffe. Wann kriege ich denn im Moment hier immer so gute Waffen? Kann doch echt nicht wahr sein. Oh, er hat nicht genügend Geld. Ja, dann, äh... Erstmal alles repariert. Bis dann. So, dann... Stahlwaffe. Ist schon wieder besser. Jetzt klatschen wir einfach irgendwas rein. Mir ist irgendwie scheißegal. Mittlerweile. Wird ja eh irgendwann geändert. Äh... Ja, gar kein Bock auf die Trophäe. Das heißt, ich müsste nix auch mal wieder zu meiner... Äh, äh... Kistebox. So, jetzt machen wir die verschiedenen Rennen. Ich sag doch, hier war das. Ich hab doch da schon diese, ähm... Wimpel da gesehen. Oder diese Aufstellungen, diese Tore, wo man durch muss. Ja, super, dass ich auch Plätze nicht mitnehme. Wahrscheinlich kommt der dann eh, wo man da anfängt. Ja, seht ihr, das meinte ich. Hier. So, ich hoffe, man muss jedes Rennen nur einmal machen. Wie ich Ihnen vorletzten Part erzählt hab, oder vor vorletzten Part, hatte ich ja richtig Probleme mit den Pferderennen in Zelda Ocarina of Time. Also mag ich Pferderennen eigentlich gar nicht mehr. Versuch das jetzt einfach hinzukriegen. Du wirst nicht gewinnen, Sagerbund, niemals! Du wirst nicht gewinnen, Sagerbund, niemals! Ja, super. Hab ich jetzt geschafft. Und der Sieger... So ein Sieg verdient. Der berühmte Gerard von Lever. Okay, man muss das nur einmal machen. Nicht nur berühmt, sondern auch gut aussehend. Und der ist halt jetzt schon wieder dieselbe Quest. Ja, jetzt machen wir das nächste Kerr-Trollde. Ich mach jedes nur einmal und fertig. Ich mach die jetzt nicht eine Million Mal. Da... Kennen die sich aber kreuzweise gar keinen Bock. Oh, fuck, 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 fuck. Plötze, 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 macht keinen Mist. So rum, ja. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht in einen Abgrund stürzt oder reitet. Komm schon, Plötze! Ja, komm, schaffst du. So, perfekt. So. Wenn man sich da einmal gemeldet hat. Ja, wenn du so hast... Hört, Leute! Greift euch die Zügel und schwingt euch in die Settel. Ja, Trollde ist das jetzt, ne? Reitet los! Für Freya! Ja. Keiner kann's mit dem schnellen Oswald aufnehmen! Man muss ja aufpassen mit den Drücken. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen konzentriert gerade. Uh, es sind blaue Punkte und ich hab blaue Haare, um es nochmal zu erwähnen. Halt Abstand, Penner! Ich weiß nicht, wenn man mich vielleicht in echt kennt und ich weiß, dass ich mich mal zu machen kann, ich hab keine Ahnung. So viele Leute haben jetzt auch nicht blaue Haare. Boah, ich dachte schon, ich wär grad falsch gelaufen. Ziel. Ne, doch nicht. Jetzt aber. An dem anderen war gefühlt schon so ne Zielflagge. So, wenn jetzt Care-Troll, der immer noch da ist. Ne, das ist weg. Dann muss ich das hier doch noch machen. So, jetzt hab ich irgendwelche Schollklappen. Sollklappen. Sind die denn besser? 60 Panikstufen. Ja, natürlich sind die besser. So. Kapazität, Satteltaschen. So, natürlich nehm ich die. Ist ja geil. Noch irgendwas? Ach, hab ich das erste nicht gewonnen. Hätt ich eigentlich gedacht. So, den Part nennen wir jetzt Pferderin. Ah doch, das ist wieder ein anderes. Okay, ich hab's zwei gewonnen. Langsam. Also auch schon. Was ist das hier für ne Kacke? Also hab ich auch schon zwei Sachen gewonnen. So, kann man hier drüber ran. Oh, krass, dass ein Pferd das hinkriegt. Nicht schlecht. Ich glaub, das ist der Weg. Ich reite den jetzt einfach nur andersrum. Sicher. Ich bin doch gerade vorne. So, ich hoffe, mal eine Pferdeausdauer reicht. Aber ich hab jetzt auch einen anderen. Nee, weiß ich nicht. Hab ich den anderen Satteltaschen? Keinen anderen Sattel. Ich bräuchte noch einen anderen Sattel. Oh, fuck. Jetzt hab ich verkackt. Jetzt muss ich das nochmal machen. Verkackt. Ja, ha, 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 ha. Gewonnen. Halt. Du hast nicht ge... Jetzt. Du schaffst es, hier. Freer sei dir home. Und schau nicht zurück. Gib deinem Pferd die Spur, damit es endlich läuft. Dazu klappern solltest du lieber zur Göttin beten, damit du gewinnst oder wenigstens überlebst. Da muss ich nur aufpassen, am Ende, mit dieser Brücke. Ja, kommt schon, Plätze. Ist das alles? Kannst du nicht schneller? Ich renne schon so schnell wie ich kann, schneller geht wirklich nicht. Ich muss auf jeden Fall die Brücke erwischen. Ja, so, geht doch. So, jetzt hier links, um geradeaus. Geschafft, sehr gut. Hört, Leute! Unser Sieger ist Geralt von Riva! Du hast dir Ruhm und Ehre erkämpft, Hexer, und einen tollen Preis verdient. Nun, du musst noch ein letztes Rennen bestehen. Aufhinde, Asfjall. Wenn du so reizest wie heute, ist dir der Sieg sicher. So, dann... Ach, Krälenfels, nochmal ein Rennen. Ja, kann ich ja dann machen. Jetzt machen wir erstmal... das. Ich komme ja eh später nochmal für eine andere Quest hin. Nämlich... Oh, fuck. Ja, dann gehen wir da hin. Jetzt müssen wir das Rennen jetzt quasi nochmal rennen. Und? So, ich gehe dann... ...du du 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 du... Oh, ich renne, Fall. Scheiße. Die ganze Zeit hat den Punkten gefolgt, aber ich will doch zu diesem Schnellreisen-Ding. Ah ja, dann so rum. Ich muss gleich noch das anlegen, was ich jetzt hier beim Rennen geschafft habe. Habe ich ja wieder irgendwas bekommen? Ich ziehe mir ja gleich auf jeden Fall wieder eine kurze Hose an, mir ist doch viel zu warm. So, erstmal. Was hat Plätze bekommen? Ein Sattel. Ich habe 70% Ausdauer. Ist alles nicht besser, was ich habe? Ist jetzt ja auch nicht schlimm. Ach, der Fels ist die Schnellreise. Okay, okay. Pradisade. Dynamo Dain. Solche wie dich kenne ich. Pass bloß auf, Rengen. Dein Name sei versügt. Wenn sie sich herausstellt, haben sie die Wahrheit über dich gesagt. Ja, wo ist dann der Schreiber? Um ganz ehrlich zu sein, ich hätte nicht gedacht, dass du auch nur ein Rennen gewinnst. Und jetzt hast du drei gewonnen. Damit darfst du im großen Rennen antreten. Aber fühlst du dich auch bereit dafür? Ich bin bereit, es kann los. Ich wurde bereit geboren. Gehen wir es an. Vorsicht. Es ist eine große Ehre. Aber auch eine große Gefahr. Es ist Zeit für das Große. Zusammen ein Schein. So, ich glaube, die schaffe ich eins holen, aber die wird am schönsten sein. Vor allem, warum läuft sie so zickzack? Ja, überholt. Ach, das Schwarze ist die Reitlinie, alles klar. Ich hatte immer gedacht, man könnte es auf der Minimatch nicht sehen. Aber man sieht das. Okay, das ist schwer. Da muss man sehr viel winnen. Sicher hat er einen Riesen getötet. Bin ich jetzt Erster? Das Heldenrennen ist zu Ende. Ja. Geralt von Riva hat Astrid die Riva geschlagen. Sehr gut, Mann. Der weiße Wolf, der Außenseiter, hat gewonnen. Tolles Rennen. Die Göttin wird... Nicht schlecht, muss ich schon zugeben. Ich weiß... Alles redet von dir, ich denke, dieses Gesocks zum Schlechten. Einfach das Inventar. So. Neuer Sattel. Ja, der ist auch geil. Also, das habe ich alles. Dann wird es jetzt mal Zeit, zu meiner Truhe zu gehen. Und deswegen werden wir jetzt das hässliche Entlein machen. Da muss ich, glaube ich, zum Baron reisen. Und dann kann ich da auch zu meiner Truhe und alles. Das ist eine gute Idee. Äh... Weltkarte wählen. Und ihr müsst mich ganz kurz entschuldigen. Während das jetzt lebt, gehe ich mir in die Hose. Ein kurzer. ...zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. So, Leute, ich bin wieder da. Warum bin ich überlastet? Warum? Ich bin noch nicht überlastet. Wollen die mich verarschen? Vielleicht bin ich für das Gebiet überlastet. So. Ja. Du da, Weißer. Glaubst du, etwa deine zwei Schwerter können... ...und dann gehen wir jetzt erst mal zum Händler. Abkommst. Jetzt... Zeig mir was. Ja. Verkaufen. Ist überhaupt nicht überlastet. Das kommt alles in meine Kiste. Was ist das? Talisman. Xenogrove brauche ich. So. Jetzt riecht dich mal ab. Lebt wohl. Auf Wiedersehen. So, jetzt einmal gucken bei dem Rüstungstypen. Kann der mir jetzt was anfertigen? Wie? Ich würde... So. Warum habe ich das nicht direkt ausgewählt? Ist mir jetzt auch egal. Äh... Ne, die Hose habe ich schon. Das Oberkörperding fehlt mir. Wie kriegt man denn... Monster... Pulverisiertes Monstergewebe. Kann ich das hier herstellen? Sorry. Ne, anscheinend nicht. Leb wohl. Ich bin überhaupt nicht überlastet. Ich bin hier... So was... Warum habe ich jetzt meine Sachen nicht repariert? Das war auch dämlich. Aber ich bin sowas von unterlastet. Was kann ich für dich tun? Oh, ich will nicht mit der Frau reden. Ach so, übrigens, ich wollte noch mal sagen, natürlich habe ich eine Hose an, aber eine lange Hose an. Jetzt habe ich hier eine Gründe an. Wie kann ich helfen? Nicht, dass hier irgendwie komische Ideen aufkommen. Ich würde... Äh... 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 Ah, hab nichts zu reparieren. Super. Lebt wohl. Wie böse ist der? Lebt wohl. Bambadadabam! Bambadadabam! Bambadadadam! Bambadadadam! Diese Sprache hier. Weg, 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 weg. Und damit würde ich sagen, wir speichern und wir sehen uns gleich. Bis zum nächsten Part. Tschau.